JBL, meine Freunde, was geht ab? Heute gehen wir in Runde 3, hier Vayne vs. Whiz. Und ja, heute spielen wir, also wir machen 10 Schätzfragen. Und von diesen 10 Schätzfragen, oder wollen wir nach jeder Runde Klatscher geben? Also wir machen jetzt Schätzfragen, der, der näher dran ist, darf den anderen einen Klatscher auf den Rücken geben. Einen stabilen Klatscher. Erste Frage, zack. Wie viele Studio Alben haben die Beatles veröffentlicht, ohne live Best-of-Alben oder sonstige? Nur Studio Alben von den Beatles. Also wir schreiben das da drauf und halten es rein. Ich habe keine Unterlage, ja? Ich habe. Oder ich weiß. Was ist das? Sechs, oder? Ich habe vier. Okay. Drei zu veröffentlicht. Gefegt nach Pro, ey. I love it, Alter. Bist du bereit? Warum machst du so? Soll ich erstmal eine Spannung machen? Wie du willst, Digga. Okay, jetzt geht der lang. Aber das war okay. Okay, der war okay. Zweite Frage. In welchem Jahr startete in Deutschland das Farbfernsehen? Oh, da. Die Fragen sind stramm. Die sind gut, die gefällt mir. Die App ist gut. Die gefällt mir. Ich glaube, ich weiß sogar. Ich glaube, ich weiß es. Ja. Hast du? Ja. Okay, drei. Eins, zwei, drei. Was hast du? 1996. Ich, 1980. Alter, Digga. Ja, okay. Das wird wild, Digga. Zeig, ja. Ich muss sagen, ich bin gewonnen. Ja, 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 ja. Brian? Ja. Drieb mal ein bisschen. Oh, Digga. Wie groß ist die Freiheitsstatue in New York auf Liberty Island? In Meta. Okay, Freiheitsstatue. Wie groß die ist? Also wie hoch? In Meta, ne? Mhm. Okay. Okay, eins, zwei, drei, vier, siebenhundert. Hier wird 1,187. 46 Meter! Was für 46 nur? 1,87. Ich hab einfach 700, Digga. Ich hab echt unterschätzt, was ein Rückenklatscher ist, Digga. Ah, Digga. Wie viele Zähne hat dein ausgewachsenes Hausschwein? Egal, ich mach einfach. Ich geh einfach mit. 1,87, 1,87. Ich geh einfach mit. 1,87, 1,87. Digga, ich hab mit Kugelschreiben und Blöckzettel auf Couch gefehlt. Ich hab drei. Hast du? 1,2,3. 20. 30. 44! Ich hab gewonnen, Marc. Ich hab gewonnen. Ah, nein, Digga! Ich hab gedacht, ich hatte 30. Bereit? Okay, warte. Aber übertreib mal nicht. Der war schon okay gerade. Der hat sich schon gesessen. Okay. Okay, letzte Frage. Allerletzte Frage. Die goldene Frage. Wie hoch ist der Eifel-Ton? Jo, zwei Malchen, Alter. Ah, mein Rücken, Alter. Oh, drei. 1,2,3. 150 Meter. Ich geh mit. 2,87. 324! Nein, Digga! Bruder, ich mach keine. Ah, Digga! Bereit? Nein, Bruder, Digga, ich chill mal. Ich hab schon gesehen. Rausgut das. Ah, ich schwör. Aber echt? Oh, Mann! Ja, Leute. Ich hoffe, das Video hat mich gefallen. Wenn ja, lass dein Like da. Vergesst das Abonnieren nicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Du musst nicht so nahe gehen, ne? Ach so. Safety, man. Oh, ho, 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 ho! Red ich mal ein bisschen hoch. Oh, ho, 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 ho! Sieh mal rein. Ist komplett rot. Komplett. Bis zum nächsten Mal. Ciao.